Egtal. Ein toller Pass. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Oschulek. Egtal. Und er schießt. Und da haben wir es, das Tor. Über weite Strecken waren sie das bessere Team. Und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. sperren wir noch nicht im Alter. Die Sicherung hat